Das sind die Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Es sind nämlich schon wieder zwölf Monate vergangen, Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Lieber Fanklub, wir wünschen euch fantastische Feiertage. Wir können leider nur bis hier gefilmt werden, weil der Matze 24 Packen und Weihnachtsmandel gegessen hat pro Tag. Ein Ransom. Ein Ransom, ja, seitdem. Wir hoffen, dass wir euch 2015 wiedersehen und wünschen euch, wie gesagt, tolle Weihnachten.